Und willkommen wieder, es ist wieder Champions League Time zu Tag Nummer 4. Jetzt hat es mir die Tage dazu, dass ich weiß, welches Video wann online kommen soll. Ich nutze die Zeit ein bisschen zwischendurch, dass ich vielleicht 2-3 Videos auf einmal mache. So als kurze Erklärung, warum ich immer die Tage so speziell dazu sage, dass ich für mich weiß, wann welches Video online kommen soll. Und ja, das letzte Mal haben wir 4-0 gewonnen. Ich glaube, da haben wir auch sehr gut gespielt. Wir werden jetzt einfach ganz brutal starten jetzt. Jetzt ist das Retour-Spiel. Jetzt spielt Manchester City zu Hause gegen uns. Mit uns, ich glaube ich, das wird sicher ein bisschen anders werden, wenn wir da Auswärts spielen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall an jeden, die was auch bei uns reinschaut, die Videos anklickt. Immer die Wartezeit. Wann? Ja. Und ja, ihr könnt ja gerne auch Vorschläge machen, was ihr sehen wollt. Das wäre vielleicht einmal interessant. Oder ihr nicht sehen wollt. Hm. Ja, wurscht. Schreibt es einfach in einen Kommentar. Aber nicht. Super Video. Gut gespielt. Kein langweiligen Kommentar. Lasst euch mal was einfallen. Lasst euch... Ja, lasst euch was einfallen, was wir in die Kommentare so reinschreiben. Wie? Super Video. Gut gespielt? Nein. Gut spielen tue ich nicht. Ihr habt mehr Glück als verstanden. Ja, wir tun sie sicher jetzt vielleicht ein bisschen schwerer. Aber schauen wir mal. Aber schauen wir mal. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Kurz zur Ihrer Formation. Das ist ein 4-4-2. Das sieht eher nach einem 4-3-1-2 aus, Wolf. Die Schaltzentrale im Mittelfeld sehen wir der Deutschen. Ja, passt zum Gegner. Wirst du zum Beispiel in Chester City, dann wechselst du euch das Dekot. Alter. Na komm. Ui, Stange. Ui, noch einmal Stange. Ui, noch einmal. Dreimal Stange hintereinander. Ist ja mehr Glück als verstanden man haben kann. Kann man so viel Pech haben oder ich so viel Glück haben? Alter. Okay, überlaufen kann ich sie diesmal nicht. Sie haben sich gut vorbereitet. Von ihm erwarten wir heute einiges. In den vergangenen Aufmerksamkeit. Wir haben sie gut vorbereitet. Logischerweise sehr gut. Aber nicht gut genug. 1-0. 4. Red Bull Salzburg. 1-0. Erste Durchaus. Ja, es ist durch. Wenn es so weiter geht. Bin ich davon. Ja, ja. Für alle neuen Zuseher von uns. Lässt gern ein Abo da. oder kommt auf dem Discount oder folgt uns auf Facebook, alle Kanäle sind in der Videobeschreibung. Alter, schneller! Nein, warum schießt der so hoch? Nein, 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 nein. Ja, wo weiß ich, wo der hinschießt, vielleicht wollte ich einem feinen Ball schenken, ist Wahnsinn. Laufen, 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 laufen Und das 2 zu 0 Tabu Ah ja Naja, ich hätte Manchester City besser eigentlich, weil das erste Match hier in ihnen haben wir gewonnen Ja, jetzt schauen wir mal, ich zeige, dass wir gewonnen haben Oh ja Aber Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance Jetzt kommt Eckball Der Ball ist vor uns, mit Ecke Wir sind teilweise zu langsam, würde ich sagen, aber nein, ich friss das Mikrofon teilweise. Ja, wir haben ein Headset, aber irgendwie, ich hab so mein Hals und nicht auf die Ohren. Ja, wie gesagt, Abo, Like, Dislike, ihr wisst ja eh, Abo ist immer kostenlos, Likes sind kostenlos, Kommentare sind auch kostenlos, könnt ihr natürlich dazuschreiben, ich finde die scheiße, oder so, mein 5-jähriger Bruder würde ich bis hierhin fliegen, mag sein, kann sein, alles. Aber schauen wir mal. Schneller, 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 schneller. Ja. Lest euch mal die Videobeschreibung durch, dann habt ihr alle Informationen, wo wir auch überall sind. Instagram sehen wir auch schon, unter LucaGemi19, Instagram LucaGemi19. Da war nicht kein Tor, ich hätte es angenommen, der war drinnen. Ja, ey, klar. Aber, nein, schön gemacht, aber kein Tor, schön gemacht, aber kein Tor. Wenn du bis jetzt Bild und Ton hast, dann kannst du ja Vorschläge machen, was als nächstes kann man sagen, vielleicht Spielwunschvorschläge, aber ernst bleiben und nicht, weiß ich nicht, reinschreiben, Micky Maus. Aber welches Spiel würdest du gerne sehen? Jawoll, das 3 zu 0. ja klar manchester city li- ja lasst ein like da, lasst ein dislike da, dislike da oder ein abo, wenn sie euch die videos gefallen, aber nur wenn euch die videos gefallen, wenn ich damit, ja was kann ich euch sonst erzählen, hmmm, außer dass wir halbwegs vernünftig spielen, nochmal weg mit dem ball, damit wir ein bisschen ruhe haben, da, 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 , of course, da, 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 da Oh ok for, good ver tranquil이랑, decken, decken, nicht drüberspringen NICHT DIRECT, aber Gott sei Dank, Tony. Wir haben noch 10 Minuten zum Durchhalten, das heißt, ich werde nur auf Ballbesitz spielen. Mit dem muss man sein, dass man den da drüber knallt. Und fahrt er so unter dem Ball. Ach, ich weiß nicht. Spielen wir diesmal zu Null oder machen sie jetzt noch ein Tor Manchester City? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall danke, dass ihr regelmäßig bei uns vorbeischaut. Und sie machen doch kein Tor, also ich mache hier den Blödsinn jetzt. Und wir haben gewonnen. Cool. Echt. Spitze. Okay, dann wünsche ich euch, das war Tag Nummer 4. Tag Nummer 4, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Kein Tor, Tor, Tor. Parade, aha. Okay, und schaut euch die anderen Videos vielleicht auch an oder wie auch immer. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.